Seid gegrüßt meine lieben Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, ich hoffe euch geht es gut. Falls ich zwischendurch mal zu einem Glas greife und was trinke, hat das was damals zu tun. Ich habe wirklich mega trockene Kehle, weil ich einfach hier viel am besprechen bin und ja, deshalb tut es mir leid. Und ansonsten, ich habe überall im Internet gelesen und mich erkundigt quasi und überall wird der, warte wie hieß er jetzt nochmal, jetzt komme ich gerade nicht, nicht Joule, nicht Joule, oh Gott diese Fliegen hier, eine Sekunde wie hieß er denn nochmal, GLGL, ich weiß nicht. Zumindest wird er mega krass gelobt, soll er ein sehr guter Künstler sein und ich bin mal wirklich gespannt, wenn die Leute so einen wirklich mögen, so zum Beispiel Caris oder Bubba oder Timel oder sonst irgendwie jemand, dann heißt das, der ist gut und das heißt, der wird mich nicht enttäuschen. Deswegen bin ich mal gespannt, lass uns mal zusammen rein. Das ist gut. 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 Nice video. sehr schönes video sehr sehr schönes video sehr guter track also kein wunder dass sie ihn loben also es wirklich ein guter wirklich ein sehr guter track es gibt kaum über etwas was man meckern kann wirklich respekt vor also respekt es ist ein echt guter feiner track feiner artist keine frage und ja wie gesagt ich werde ihn auf jeden fall liken ich hätte auf jeden fall daumen hoch machen und ihn so weiterhin verfolgen aber es gab noch etwas was ich gerade eigentlich sagen wollte ist mir aber leider empfangen was ich unbedingt loswerden heute also irgendwie in jedem track den ich von den franzosen französischen künstlern mir anhöre jeder sagt kalasch ich glaube die franzosen lieben die kalasch ich meine mit die waffe ansonsten feiner mann feiner mann weiter so ich danke euch fürs zuschauen wir sehen uns ich liebe euch